Gleich der wichtigste Disclaimer im Voraus. Solltest du kürzlich vom Glauben abgekommen sein oder damit zu kämpfen haben und infolgedessen nach einem neuen Sinn im Leben suchen, der unabhängig von irgendwelchen übernatürlichen Wesen ist, kann ich dir hier lediglich einen ersten Anstoß geben. Was dies allerdings nicht ersetzt, ist die psychotherapeutische Begleitung, welche viele indoktrinierte Personen in einer solchen Situation benötigen. Wenn du beispielsweise Albträume hast, in welchen du in der Hölle gefoltert wirst, liegt das nicht daran, dass du ein schlechter Mensch bist oder Gott dir eine Warnung schicken möchte. Schuld daran ist das Dogma, welches womöglich auch dir aufgrund von Traditionen beigebracht wurde und sich in deinem Unterbewusstsein verankert hat. Schuld sind weder die Personen in deinem Leben, die dir davon berichtet haben, noch du, weil du es all die Jahre veränderlicht hast, sondern die Religion an sich. In der Videobeschreibung habe ich dir einige Anlaufstellen verlinkt, wenn du auf deinem zukünftigen Lebensweg Unterstützung benötigst, wofür du dich im Übrigen nicht schämen musst. Auch ohne Religion ist es das Leben wert, gelebt zu werden. Und auch wenn ich dich nicht kenne, kann ich dir versprechen, dass du stark genug bist, dies ohne ein höheres Wesen zu tun. Denk immer dran, wenn es tatsächlich keinen Gott gibt, hast du es auch ohne ihn bis zu diesem Punkt geschafft. Auch wenn es nicht mein Ziel ist, Personen vom Glauben abzubringen, ist es selbstverständlich nicht unwahrscheinlich, dass sich auf Dauer mindestens eine Person aufgrund dessen Gedanken über ihr Weltbild macht und zum Fazit kommt, dass wir keinen guten Grund haben, davon auszugehen, dass übernatürliche Wesen in Form von Göttinnen und Göttern existieren. Abhängig davon, wie groß der Einfluss durch das jeweilige religiöse Dogma war, kann dieser Verlust des Glaubens negative oder sogar teils fatale Folgen mit sich bringen. Sei es, dass man keinen Sinn im Leben erkennt, die Menschen, die einen das bisherige Leben lang umgeben haben, als Lügner sieht oder vom indoktrinierten Unterbewusstsein geplagt wird. Wie bereits am Anfang des Videos erwähnt, kann ich hier lediglich erste Anstöße aus meiner Perspektive geben und Fragen aufbringen, welche du dir meines Erachtens stellen solltest, sobald du anfängst, an deinem Glauben zu zweifeln. Wenn du auf Nummer sicher gehen möchtest, dass du auf lange Sicht keine psychischen Folgen mit dir trägst, wäre eine psychotherapeutische Behandlung in Erwägung zu ziehen. Die folgenden Aussagen und Fragen habe ich mir nicht aus den Fingern gezogen. Sie stammen aus Konversationen mit Personen, welche an ihrem Glauben zweifelten oder bereits zu der Erkenntnis kamen, dass sie nicht mehr an Gott glauben können. Auch wenn ich diese zum Teil lediglich einmal gehört habe, bin ich trotzdem der Ansicht, dass die Gedanken dahinter es wert sind, respektvoll und konstruktiv adressiert zu werden. Ich weiß nicht, ob ich nicht mehr gläubig sein möchte. So schön es auch wäre, wenn wir bestimmen könnten, was wir glauben, müssen wir uns doch vor Augen führen, dass wir automatisch und ausschließlich die Dinge glauben, von denen wir überzeugt sind. Natürlich können wir versuchen, uns selbst anzulügen und uns einreden, dass etwas real ist, von dessen Existenz wir nicht überzeugt sind. Und vielleicht gelingt es uns ab und zu auch mal für eine gewisse Zeit. Doch die Realität ist, dass uns das im Leben nicht weiterhelfen wird. Selbstverständlich wäre es oftmals angenehmer, in einer schönen Lüge zu leben, statt in einer traurigen Realität. Doch das würde uns keinen Grund dafür geben, dass wir einen wahren Einfluss auf diese Situation haben. Wir hätten ohne Probleme glauben können, dass die Göttinnen und Götter höchstpersönlich Personen von der Erde holen, wenn deren Zeit gekommen ist. Doch stattdessen haben Menschen erkannt, dass es natürliche Ursachen für den Tod gibt, gegen die man in vielen Fällen etwas unternehmen kann. Nur durch das Abnehmen dieser rosa-roten Brille haben wir die heutige Medizin entdeckt, welche uns erlaubt, dieses Leben so viel länger zu genießen, als es unsere Vorfahren getan haben. Wenn dich etwas in deinem Leben stört, solltest du dir nicht einreden oder einreden lassen, dass es einen Sinn dahinter gibt, den du einfach nicht siehst. Du kannst allerdings nach Lösungen für dieses Problem suchen, die dein Leben garantiert besser machen. Sollte ich mit meiner Gemeinde oder Familie über meine Zweifel reden? Zunächst solltest du dir die Frage stellen, ob du auf deine Gemeinde oder Familie angewiesen bist und ob sie offen für eine andere Meinung sind. Das letzte, was du in einer solchen Situation benötigst, ist, dass du jegliche Unterstützung verlierst, die du aktuell zum Leben brauchst. Mir ist bewusst, dass dies hauptsächlich in extremen Kreisen, wie zum Beispiel Sekten, der Fall ist, doch trotzdem ist es meines Erachtens wichtig, diese Frage aufzubringen. Solltest du kein Sicherheitsnetz haben, wäre es vermutlich am besten, auch wenn es sich beschissen anfühlt, wenn du bis zu dessen Existenz so tust, als hättest du keine Zweifel und als würdest du noch immer glauben. Sollte dieser Umstand bei dir nicht zutreffen und hast du die Möglichkeit, deine Zweifel zusätzlich mit anders- oder nichtgläubigen Personen zu besprechen, spricht meines Erachtens nichts dagegen. Es ist gut, wenn man sich ein Problem von allen Seiten betrachtet, die jeweiligen Argumente versteht und sich schlussendlich auf deren Basis eine eigene Meinung bildet. Hast du allerdings ausschließlich deine Gemeinde, in der du versuchen kannst, konstruktiv über diese Themen zu reden, würde ich dir davon abraten, selbst wenn sie offen für andere Ideen sind. An diesem Punkt macht es eher Sinn, dass du dich selbstständig auf die Suche nach den Antworten zu deinen Fragen machst. Natürlich kannst du zunächst schauen, was diverse Apologeten deines Glaubens zu einem Thema sagen. Doch trotzdem solltest du, auch wenn du bereits überzeugt wurdest, ebenfalls die andere Seite hören. Eventuell werden hier logische Fehlschlüsse aufgezeigt, welche du nicht bemerkt oder unterbewusst ausgeblendet hast, welche das ganze Argument in sich selbst zusammenfallen lassen. Wenn du möglichst ehrlich mit dir selbst sein möchtest, gilt das Gleiche natürlich auch in umgekehrter Form. Wozu leben wir, wenn nicht für Gott? Das ist eine Frage, auf welche die Religionen dieser Welt selbstverständlich einfache Antworten haben, die nicht viel Erklärungsbedarf benötigen. Ohne diese wird es allerdings schnell kompliziert, weshalb die meisten Personen zu individuellen Ansichten finden. Meines Erachtens sollten wir einfach die Zeit auf diesem Planeten genießen und versuchen, das Leben von uns und unseren Mitmenschen so positiv wie möglich zu gestalten. Zwar gehe ich davon aus, dass nach dem Leben das Gleiche kommt, was vor dem Leben war, doch das hält mich nicht davon ab, den Moment auf diesem Planeten zu genießen, selbst wenn er im Kontext des Kosmos irrelevant sein wird. In diesem Leben mögen wir zwar vielleicht keinen vorbestimmten Sinn haben, doch das hält uns nicht davon ab, einen eigenen zu finden. Was ist denn mit all den Erfahrungen und Gefühlen, welche ich über die Jahre hatte? Dass du Erfahrungen hattest, welche du lediglich deinem Glauben zuschreiben konntest, sollte keine Person abstreiten. Wenn beispielsweise ein Christ das Gefühl hatte, dass er von Jesus höchstpersönlich berührt wurde, zweifle ich diese Erinnerung nicht an. Was ich allerdings infrage stelle, ist der Ursprung für dieses Gefühl. Wir wissen, dass die Psyche des Menschen kompliziert ist und ständig versucht, einen Sinn in dem, was um uns herum passiert, zu sehen. Dies führt dazu, dass Personen unterschiedlicher Glaubensrichtungen das Gefühl haben, Kontakt zu den jeweiligen übernatürlichen Wesen aufbauen zu können. Wenn es nun also in nahezu sämtlichen Religionen Berichte über eine Kontaktaufnahme zu den jeweiligen übernatürlichen Wesen gibt, durch welche Personen von teils schwersten Krankheiten geheilt wurden, was sagt das über deine spezifischen Erfahrungen und Gefühle aus? Ich weiß nicht, ob ich ohne Hilfe Gottes durch mein Leben finde. Aufbauend auf der vorherigen Frage wird diese oftmals gestellt. Ich hatte eine schwere Krankheit und wurde von Jesus geheilt. Ich wusste nicht, was ich mit meinem Leben anfangen soll, bis mich Allah auf den rechten Weg geleitet hat. Was bei solchen Geschichten meist vermutlich unbewusst ignoriert wird, sind die Umstände, in welchen besagte Wunder oder Zeichen passiert sind. Im Fall der Krankheit könnte es sein, dass man sich bereits in medizinischer Behandlung befunden hat und das behandelnde ärztliche Fachpersonal einen guten Job machte. Einige Personen, die von solchen Erfahrungen berichten, könnten auch von Wunderheilern übers Ohr gehauen worden sein. Wenn eine Person das erste Mal von einem Wunderheiler hört, dass sie einen bösartigen Tumor hat, den der Herr in diesem Moment entfernte, ist das keine Bestätigung der Aussage, wenn im Anschluss tatsächlich kein Tumor gefunden werden kann. Es könnte nämlich auch bedeuten, dass es ihn niemals gegeben hat und lediglich mit den Emotionen der Zuschauerinnen und Zuschauer gespielt wurde. Ähnlich verhält es sich mit dem offenbarten Weg. Wenn du Spaß an der Musik hast und zufällig die Eingebung bekommst, dass du mehr mit dieser machen oder sogar deinen Lebensunterhalt damit verdienen solltest, ist es nicht abwegig, davon auszugehen, dass du dir einfach nur wünschst, genau diesen Weg zu gehen. Wie oft wurden deine Gebete schon nicht erhört? Wie oft wusstest du bereits im Voraus, was für eine Antwort du bekommen wirst? Und seien wir ehrlich, wieso kann das Verhältnis zwischen erhörten und nicht erhörten Gebeten so gut mit reinem Zufall erklärt werden? Wenn du unter diesen Umständen bisher durch dein Leben gefunden hast, bezweifle ich nicht, dass du es auch in Zukunft kannst, ohne das Gefühl zu haben, mit einem höheren Wesen in Verbindung zu stehen. Wieso wurden mir all diese Lügen erzählt? Ich bin der Ansicht, dass die meisten Personen, welche religiös aufgewachsen sind, zwar Unwahrheiten gehört haben, allerdings keine Lügen. Rein per Definition ist eine Lüge eine wissentlich geäußerte Unwahrheit. Wenn eine Person also selbst davon ausgeht, dass das, was sie dir erzählt hat, der Realität entspricht, würde sie nicht lügen. Ich würde sogar sagen, dass sie nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt hat. Denn wenn sie wirklich davon überzeugt ist, dass es eine Hölle gibt und du nur durch den Glauben davor gerettet werden kannst, wollte sie dich ausschließlich vor diesem Schicksal beschützen. Die Intention dieser Person war es in den meisten Fällen sicher nicht, dich kontrollieren zu können oder dich einem potenziellen Trauma auszusetzen, sondern dir das bestmögliche Leben auch nach dem Tod zu garantieren. Solltest du vom Glauben abgekommen sein und von deinen Bekannten diese Unwahrheiten hören, versuche respektvoll und vor allem ruhig zu erklären, weshalb du nicht mehr davon ausgehst, dass sie der Realität entsprechen. Das Beste, was du diesen anderen Personen tun kannst, ist aufzuzeigen, dass du dir wahrlich Gedanken über die Punkte gemacht hast und nicht voreilig zu einem Ergebnis gekommen bist. Wenn du im wütenden Ton verkündest, dass du nicht mehr an diese Lügen glauben kannst, wird sich dein Gegenüber angegriffen fühlen und das Ganze auf pure Emotionen oder gegebenenfalls böse Mächte schieben, die dich überkommen haben. Zeigst du, dass du rational an die Sache gegangen bist und wo du in deinem vorherigen Weltbild Fehler gefunden hast, gewinnst du im besten Fall eine Person, die dich auf deinem Weg begleitet. Wie soll ich gut von böse unterscheiden, wenn nicht mit Gott? Um es so kurz wie möglich zu halten, so wie du es vermutlich bisher in den meisten Fällen getan hast. Wenn wir uns im Alltag fragen, ob etwas gut oder böse ist, müssen wir nicht lange darüber nachdenken. Wir wissen, dass wir keine andere Person umbringen oder vergewaltigen sollten. Wir wissen, dass es falsch ist, von anderen Menschen zu stehlen. Wir wissen, dass wir andere nicht ausnutzen sollten. Auch wenn es hier natürlich einzelne Personen gibt, die nicht dieser Norm entsprechen und denen diese Aspekte nicht bewusst sind, würde es uns und unsere Spezies vermutlich schon lange nicht mehr geben, wenn es den meisten Menschen nicht klar wäre. Trotzdem gibt es natürlich auch Themen, welche wahrscheinlich kontrovers sind, bei welchen wir uns tiefgründige Gedanken darüber machen müssen, welche Position wir vertreten können. Was ich an dieser Stelle empfehlen kann, ist der Utilitarismus, welcher im Grunde besagt, dass wir unser Bestes tun, um das Wohlergehen aller Menschen und gegebenenfalls Lebewesen im Allgemeinen zu fördern, während wir das Leiden mindern. Was ist, wenn ich mich irre? Je nach Religion wird der erste Gedanke sein, der einer indoktrinierten Person an diesem Punkt vermutlich in den Sinn kommt, dass sie nach ihrem Leben in die Hölle kommt und dort ihre Ewigkeit verbringt. Doch hier sind zwei Gedankenansätze, welche dir vielleicht helfen, damit umzugehen. Erstens, wie oft hast du dir bereits Gedanken darüber gemacht, dass du in die Hölle einer anderen Religion kommst, in welcher du nicht aufgewachsen bist? Laut einigen Schätzungen gibt es mehr als 4000 Religionen, Glaubensgemeinschaften und Konfessionen. Wie wahrscheinlich ist es, dass ausgerechnet du das Glück hattest, in der richtigen Gegend, zur richtigen Zeit und umgeben von den richtigen Gläubigen geboren zu sein? Wenn du dir bisher keine Gedanken über andere Formen der Hölle gemacht hast, solltest du dir überlegen, ob es Sinn macht, dass du dieser einen spezifischen so viel Aufmerksamkeit schenkst. Zweitens, egal ob wir von höheren Wesen ausgehen, welche selbst Fehler machen oder unfehlbar sind, denkst du wirklich, dass sie dich für etwas bestraften würden, auf das du keinen Einfluss hast? Etwas zu glauben ist keine Entscheidung. Wir haben keinen aktiven Einfluss darauf, ob wir von einer Behauptung überzeugt sind oder nicht. Ich kann mir natürlich vorstellen, dass ein pinker, 20 cm großer Elefant durch mein Zimmer rennt, doch ich bin nicht davon überzeugt, dass dieser tatsächlich existiert. Im Gegenteil, alles, was ich zur Evaluation dieser Aussage habe, spricht eher dagegen. Wenn dieses Wesen, dem in einigen Religionen Allwissenheit zugesprochen wird, keinen überzeugenden Grund liefern kann, weshalb du daran glauben solltest, wäre es dann wahrlich gerecht, wenn wir aufgrund von unserer begrenzten Zeit hier auf Erden bis in alle Ewigkeit bestraft werden? Nicht ohne Grund sprechen viele ehemalsgläubige Personen nicht von ihrer Dekonversion, sondern von der Dekonstruktion, welche sie bis heute und teils bis zum Ende ihrer Tage begleitet. Den Glauben, auf den man ein Leben lang das eigene Weltbild gestützt hat, aufzugeben, ist in den meisten Fällen nicht einfach. Doch meines Erachtens der einzig richtige Weg, wenn man erkennt, dass dieser nicht mit der Realität zu vereinen ist. Doch wenn du dein Leben bis zu diesem Punkt leben konntest, obwohl du durch kein höheres Wesen gelenkt wurdest, kannst du es auch in Zukunft tun. Da bin ich mir sicher. Aber hey, wie bereits zu Anfang dieses Videos erwähnt, kann ich dir, wenn du in dieser Situation bist, nur erneut sagen, dass ich davon überzeugt bin, dass du diese Zeit, welche zunächst aussichtslos wirken kann, überstehen wirst. In der Videobeschreibung habe ich einige Ressourcen und Anlaufstellen verlinkt, falls du sie benötigst. Und egal, ob du dich nach dieser Zeit als gläubige oder nichtgläubige Person bezeichnest, wünsche ich dir alles Gute und hoffe, dass du mir eines Tages mit gutem Gewissen davon berichten kannst. Solltest du auch weiterhin am konstruktiven Austausch zwischen gläubigen und nichtgläubigen Menschen interessiert sein, kannst du dich gerne noch etwas auf meinem Kanal umschauen oder diesen abonnieren. In diesem Fall sehen wir uns vielleicht im nächsten Video und in diesem Sinne bis dann.